Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOT am Mittwoch. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich bin heute mit Tee bewaffnet. Hören könnt ihr es auf jeden Fall, oder? Ich bin noch heiser, die Alte hat sich nicht erholt, die Stimmbänder sind noch immer gereizt. Ich war beim letzten Video schon ein bisschen heiser, das lag damals an dem Mädelsurlaub, den ich unternommen habe. Jetzt bin ich noch heiserer. Ich war nämlich zum ersten Mal seit gefühlt Ewigkeiten wieder auf einem Festival und es war super schön. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gesungen, aber zahle jetzt dafür. Ich hoffe, ihr tragt es, ich hoffe, es ist aushaltbar. Meine Freunde lachen mich die ganze Zeit schon aus. Also jedes Mal, wenn ich ans Telefon gehe und dann Hallo so antworte, dann fangen die schon an zu kichern. Ähm, ja, wie gesagt, ich nehme hier zwischendurch immer mal meine Schlücke vom Tee und hoffe darauf, dass das Ganze erträglich ist. Ich glaube, ich muss ganz kurz die Kamera ein bisschen verrücken. So, ich habe gerade gesehen, die Kamera war nicht ganz zentral. Das musste ich natürlich umrücken, denn ich glaube, heute wird es eine lange Folge, weshalb ihr es euch besonders gemütlich machen könnt. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon auf einem Festival wart dieses Jahr. Ja, wie war es? Wie war es, wieder unterwegs zu sein, wieder unter Leuten zu sein? Hattet ihr noch ein mulmiges Gefühl? Ich muss sagen, zwischendurch kam mir dann schon so der Gedanke, verdammt viele Menschen hier. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das braucht auch noch etwas, bis wir dieses Gefühl ablegen können. Aber schreibt mir gerne mal eure Sommerpläne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Ich möchte euch heute von Anu Singh erzählen. Sie ist am 3. September 1972 in Indien geboren worden. Sie und ihre Eltern sind aber schon sehr bald nach Australien ausgewandert. Anu ist Einzelkind, ihre Eltern beides Ärzte und sie wird unwahrscheinlich verwöhnt. Anu kennt keine Sorgen, weder finanziell noch irgendwelche anderen Sorgen. Jeder Wunsch wird ihr von den Lippen abgelesen. So wächst sie zu einem sehr glücklichen, selbstbewussten Kind heran, welches viel Sport treibt, viel unterwegs ist, sehr aktiv ist, viel Aufmerksamkeit braucht und den absoluten Mittelpunkt für ihre Eltern darstellt. 1991 macht sie ihre Eltern dann besonders stolz, als sie zu einem Doppelstudium an der Australian National University zugelassen wird. Dort studiert sie dann gleichzeitig Wirtschaft und Recht. Jedoch ist es für Anu gerade in der ersten Zeit sehr, sehr schwer, auf sich selbst gestellt zu sein. Sie kennt das ja noch nicht. Sie ist es gewohnt, dass alles für sie erledigt wird. Und auf einmal ist sie da an dieser fremden Universität, in einer fremden Stadt und ruft ihre Eltern vier bis fünfmal täglich an, um Kleinigkeiten zu erfragen, sich auszuheulen oder manchmal auch einfach zu jammern. An den Wochenenden kommt sie immer zurück. Sie kann es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein, bei ihren Eltern zu sein. Und ich meine, irgendwo verstehe ich das auch. Ich weiß auch noch, meine erste Zeit, nachdem ich ausgezogen war, die war komisch, weil ich zum ersten Mal alleine gewohnt habe und dann auch noch so eine ganz, ganz kleine Bude hatte. Ein paar von euch werden sich daran erinnern. Das war wirklich ein Schuhkarton. Meine Küche war, Küche ist gut, also meine Herdplatte, ich hatte so einen Campingkocher, stand direkt neben dem Bett und alles war hutzelig. Und diese Gespräche, die man zwischendurch einfach mit seinen Familienmitgliedern hat, dass da meine Schwester rumrennt und sowas, all das war plötzlich weg. Deswegen verstehe ich das, dass Anu gerade in der ersten Zeit wahnsinniges Heimweh verspürt. Jedoch bricht sie das Ganze dann auch deswegen ab. Sie kehrt irgendwann dann ganz nach Hause, sagt, sie will das mit dem Studium vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal versuchen. Und ich glaube, dass das im Fall von Anu die falsche Entscheidung war, da sie jetzt in ein tiefes Loch fällt und das Gefühl hat, diese Aufgabe nicht bewältigt zu haben. Und von nun an hat sie immer wieder mit starken mentalen Problemen zu kämpfen. Anu beginnt nämlich damit, ihren Körper wahnsinnig zu kritisieren und irgendwann dermaßen unzufrieden mit sich und ihrem Aussehen zu sein, dass sie es kaum aushält. So verbringt sie ein Jahr mit Unglücklichsein und kehrt dann tatsächlich im Folgejahr aber wieder an die University zurück. Dort lernt sie auch sofort einen Mann kennen, nämlich Simon Walsch. Das ist so ein Wendepunkt in Anus' Leben. Von hier an geht es gut weiter. Sie erzielt einige Erfolge und schließt ihr Studium dann 1994 ab. 1995 trennt sie sich dann von Simon und mit dieser Trennung kommt wieder eine schwere Zeit auf Anu zu. Ihre akademischen Leistungen, aber auch ihr mentaler Zustand verschlechtern sich wieder und sie beginnt damit, zu Drogen zu greifen. Gras, MDMA oder Koks, all das sind Dinge, vor denen Anu nicht zurückschreckt. Ihr Vater beobachtet in der Zeit, dass Anu immer nervöser wird. Sie wird trauriger, schläft schlechter und kritisiert sich hart. Sie findet ihren Charakter nicht gut, sie mag ihr Aussehen nicht und um diese Gefühle zu betäuben, greift sie wieder zu den Drogen. Irgendwann verliert sie dann eine Menge an Gewicht und das ist für alle offensichtlich, nur Anu selber sieht es nicht. So packt sie jedes Mal eine Hautfalte an und sagt, das ist fett, das ist alles fett und ihr Vater versucht ihr zu erklären, nein, das ist einfach Haut. Das ist einfach Haut, aber für Anu bedeutet das nur, ich muss weiter abnehmen. Ihre Essstörung geht so weit, dass sie sich irgendwann ausschließlich von Cola und Tim Tams, das sind so australische Riegel, ernährt. Also das ist wirklich dann das Einzige, was sie sich erlaubt. Alles andere will sie nicht essen. Anu streitet aber jegliche Form von Essstörung ab. Sie sagt, sie sei nicht depressiv, sie habe keine mentalen Probleme. Ihr würde es super gehen, aber ihr würde es noch besser gehen, wenn sie eine Fettabsaugung von ihren Eltern bezahlt bekäme. Und das ist das, wo der Vater sagt, jetzt reicht's. Du bist unfassbar schlank geworden. Wir machen uns große Sorgen und jetzt willst du auch noch eine Fettabsaugung bezahlt haben. Wir müssen hier mal was machen. Hier muss sich was ändern. Mittlerweile ist es 1996 und Anu studiert weiter. Auch ihre mentalen Probleme gehen weiter. Sie wird immer depressiver und entwickelt auf der anderen Seite einen unwahrscheinlichen Drang nach Aufmerksamkeit. Das, was sie als Kind schon hatte, dass sie gerne der Mittelpunkt des Geschehens war, das hat sich gefühlt verfünffacht. Sie möchte gesehen werden, sie möchte angesprochen werden, sie möchte wahrgenommen werden. Von Freunden wird sie als aufbrausend beschrieben. Manche sagen sogar, sie sei regelrecht manipulativ. Sie schlägt auch gerne über die Stränge, testet ihre Grenzen. So erzählt sie einmal in ihrem Freundeskreis zum Beispiel, dass sie als Jurastudentin gewiss mit einem Mord davon kommen würde. Sie wisse ja, was man tun müsste, um vor Gericht nicht belangt werden zu können und deswegen könne sie den perfekten Mord planen. So erzählt sie zum Beispiel davon, dass sie eine psychische Erkrankung vortäuschen könnte, um vor Gericht dann als unzurechnungsfähig eingestuft zu werden. Ihre Freunde halten das alles für leeres Gerede. Sie hören ihr gar nicht richtig zu. Es wird später bestätigt, dass die meisten ihrer Freunde sie tatsächlich als irrational und sehr übertrieben emotional eingestuft haben. Nun muss ich euch eine weitere Person vorstellen. Joe Sunk. Er kommt als Sohn italienischer Einwanderer in Australien zur Welt. Joe wächst in einem liebevollen Umfeld auf. Es ist eine sehr familiäre Situation. Es wird viel gequatscht, man teilt alles miteinander. Er ist der älteste seiner Geschwister und so der Schatz der Familie, der erste Sohn. Und er wächst glücklich auf, ja. Familie ist das Allerwichtigste für Joe und er hat eine enge Bindung zu all seinen Familienmitgliedern. Von Freunden wird er als charismatisch, liebevoll und fürsorglich beschrieben. Er soll auch sehr intelligent und empathisch gewesen sein. Außerdem hat er viele Freude. Er ist extrovertiert, er liebt es rauszugehen, Kontakte zu knüpfen, zu quatschen. Er ist einfach ein Social Butterfly, wie man so schön sagt. Mit Erfolg schließt er dann irgendwann sein Maschinenbaustudium ab und beginnt dann in seiner Heimat Newcastle zu arbeiten. 1995 treffen Anu und Joe zum ersten Mal auf einer Party in Sydney aufeinander. Auf Anhieb verstehen die beiden sich gut. Da springt dieser Funke über und sie können den Abend lang nicht mehr voneinander lassen. Sie gehen sehr schnell schon eine Beziehung ein, obwohl Anu ja zu diesem Zeitpunkt noch da was anderes am Laufen hat. Das ignorieren wir jetzt einfach mal, drücken wir mal beide Augen zu. Auf jeden Fall geht das alles sehr schnell mit den beiden und Joe begibt sich sofort in eine sehr aufopferndere Rolle. Also er investiert in die Beziehung. Er gibt seine ganze Zeit, seine Aufmerksamkeit, seine Energie. Alles schenkt er Anu. Schon bald ist klar, Joe würde absolut alles für Anu tun. Und das ist etwas, was Anu unfassbar genießt. So ist es zum Beispiel so, dass sie eine Fanbeziehung führen. Anu wohnt zu diesem Zeitpunkt in Canberra, Joe aber in Newcastle. Und das Ganze läuft natürlich darauf hinaus, dass Joe jeden Freitag mehr als fünf Stunden lang im Auto sitzt, um Anu zu sehen. Am Montagmorgen setzt er sich um vier ins Auto, um um neun wieder bei der Arbeit sein zu können. Andauernd telefonieren sie miteinander, stundenlang. Wenn Anu anruft, lässt Joe alles andere liegen. Und so sehr Anu das Ganze auch genießt, so kritisch sieht das die Familie von Joe. Sie sehen nämlich, wie er bereit ist, alles stehen und liegen zu lassen, nur für Anu. Die Eltern, Maria und Nino, sagen, sie würden ihren Sohn gar nicht mehr wiedererkennen, wenn er mit Anu unterwegs ist. Normalerweise war er ja dieser aufgeweckte, extrovertierte, lustige Kerl. Doch sobald er mit Anu zusammen war, ist er komplett in ihrem Schatten verschwunden. Alles, was man sehen konnte, war Anu. Und Joe stand hinter ihr, um sie noch höher zu tragen. So war es zum Beispiel so, dass Anu wohl die Gespräche kontrolliert hat. Das heißt, wenn immer Joe mit jemandem ein eigenständiges Gespräch begonnen hat, hat sich Anu sofort eingeschaltet, hat sofort das Wort an sich gerissen, ihre Meinung platziert und die von Joe damit vollkommen weggewischt. Joe's Eltern hatten so schon bald das Gefühl, dass Anu eine egoistische Person ist. Eine Person, die sie nicht mit ihrem Sohn zusammen sehen wollen. Ein Beispiel dafür sind die Anrufe. Denn es ist Tradition in der Familie von Joe, dass man abends um 18 Uhr zusammen isst. Und ich habe ja schon erzählt, die Familie ist so miteinander. Und das Beisammensitzen, Zusammenessen und das Erzählen vom Tag war für die Familie heilig. Das war der Moment, wo alle am Tisch saßen, alle zusammengekommen sind. Und das war auch der Moment, an dem Anu jeden Abend angerufen hat. Das Essen beginnt um 18 Uhr. Anu hat jeden Abend um kurz nach sechs angerufen und erwartet, dass Joe alles stehen und liegen lässt, um mit ihr zu telefonieren. Joe hat dann auch konsequent den Esstisch verlassen und ist dann Stunden verschwunden, um mit Anu zu telefonieren. Und seine Mutter Maria hat das sogar mal bei Anu angesprochen. Sie hat sie darum gebeten, nicht dann anzurufen, wenn Abend gegessen wird. Aber das war Anu egal. Sie wollte ja ihr Gespräch haben. Sie wollte ihre Aufmerksamkeit. Das Essen kann ruhig kalt werden. Kurz darauf, einige von euch ahnen es wahrscheinlich schon, zieht Joe dann auch die fünf Stunden weit weg von seiner Familie zu Anu. Und das bricht seiner Mutter das Herz. Sie will ihn gar nicht gehen lassen, obwohl es ja natürlich auch gesund ist, als junge Person mal die Welt zu erkunden. Aber es ist ja kein richtiges Erkunden, sondern es ist ja ein Anu-Folgen. Wisst ihr, was ich meine? Und Joe sagt zu dieser Zeit, Also ihr seht, er hat wirklich das Gefühl für Anu verantwortlich zu sein und sie retten zu müssen und all ihre Probleme für sie klären zu müssen. Es kommt nämlich allmählich zu einer Art Eskalation. Anu geht es immer schlechter. Ihr mentaler Zustand wird von Tag zu Tag schlimmer. Joe kümmert sich um sie. Er steht ihr permanent zur Seite und versucht, alles für sie zu tun. Aber es scheint nicht zu reichen. Denn Anus Selbstwahrnehmung und ihre Selbstreflexion, all das, wird immer getrübter. Sie hält sich für dick und für krank und hat immer das Gefühl, irgendwas würde mit ihr nicht stimmen. Sie entwickelt zu dieser Zeit zum Beispiel eine Essbrechsucht, also Bulimie. Und das unterstützt sie mit einem Brechmittel mit dem Namen Ipekek. Sie leidet unter wahnsinnigen körperlichen Beschwerden. Am Ende des Jahres 1996 beschwert sie sich über schmerzende Beine, Hitzewallungen, Schmerzen im ganzen Körper und allgemeines Unwohlsein. Sie fühlt sich schwach und hat auch immer wieder Vorstellungen. So ist sie einmal der Meinung, dass Insekten unter ihrer Haut krabbeln würden. Und wenn man dann sagt, das ist doch nicht so, guck mal, es ist alles gut. Dann dreht sie durch und sagt, du weißt nicht, was ich habe, du weißt nicht, was ich meine. Nein, also steigert sich da so sehr rein und nichts und niemand scheint ihr helfen zu können. Einmal erzählt sie ihrer Mutter zum Beispiel, dass sie das Gefühl hat, dass ein fremder Kopf auf ihrem Körper sitzen würde. Und sie will diesen Kopf loswerden. Das ist nicht ihrer. Und in all diese Dinge kann sie sich so reindenken und reinsteigern, dass man sie aus diesem Wahn gar nicht mehr runterbekommt. Und egal wie sehr Anus Eltern darauf drängen, sie zu einem Psychologen zu bringen, Anu will nicht. Es sei alles in Ordnung. Mental ging es ihr super. Das einzige Problem wäre ihr Körper. Sie müsse einfach noch etwas abnehmen. Sie sucht zahlreiche Ärzte auf, um Bestätigung zu bekommen. Aber alles, was die ihr sagen, ist, dein Körper ist 1A, top gesund, alles ist gut, Blutwerte, was weiß ich. Das einzige Problem ist da oben. Du musst in Therapie. Aber das will Anu nicht wahrhaben. Stattdessen steigert sie sich gedanklich wieder in eine neue Krankheit herein. Jetzt denkt sie zum Beispiel, sie habe Aids. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, keinerlei Gründe, wieso sie darauf jetzt gekommen ist. Aber sie ist fest davon überzeugt, Aids zu haben. Eines Abends sagt sie dann zu einer Freundin, dass sie es unfair findet, dass sie Aids hat, Joe aber nicht. Und dass sie einen Plan schmieden würde, um Joe auch mit Aids anzustecken. Sie wolle ihr Blut auf seine Zahnbürste schmieren, denn sie wären ja in einer Beziehung und das wäre ja total unfair, wenn einer krank ist und der andere nicht. Selbstverständlich fällt Anus Aids-Test dann negativ aus, weil es keinerlei Symptome gab, keinerlei Ansteckungsmöglichkeiten oder sonst was. All das war einfach in ihrem Kopf. Aber dieses negative Testergebnis beruhigt sie nur kurz, denn sie überlegt natürlich schon sehr schnell wieder weiter. Was könnte ich stattdessen haben? Welche Krankheit könnte ich ansonsten noch ausbrüten? Zwischendurch geht sie dann davon aus, eine seltene Krankheit zu haben, die all ihre Muskeln zerstören würde. Dann aber kommt ihr der Gedanke. Sie ist so krank wegen Ipekek, also wegen diesem Brechmittel. Und das alles sei einzig und allein die Schuld von Joe. Es hat sich nämlich zugetragen, dass Joe in einem lockeren Gespräch mit ihr, in dem sie über Models gesprochen haben, beiläufig erwähnt hat, dass manche der Models heutzutage wohl Ipekek nehmen würden, um zu erbrechen und so auf schreckliche und unnatürliche Weise Gewicht zu verlieren. Ja, das hat wohl dazu geführt, dass Anu dann am nächsten Tag direkt Ipekek besorgt hat und das habe sie krank gemacht und das alles sei natürlich Joes Schuld. An dem Tag dieser Erkenntnis beginnt Anu nun damit, ihrem Umfeld zu erzählen, dass sie sich ja an Joe rächen müsse. Klar, er war derjenige, der von Ipekek gesprochen hat und sie so krank gemacht habe. Dazu kommt, dass es Hinweise darauf gibt, dass Joe die Beziehung zu Anu vermutlich beenden möchte. Er hat das Ganze jetzt Ewigkeiten mitgetragen, hat alles gegeben, ist keinen Schritt vorwärts gekommen und kriegt jetzt auch noch die Schuld dafür, dass es Anu nicht gut geht. Und als er dann irgendwann ein neues Auto kauft, anfängt, seine Sachen aus dem gemeinsamen Zuhause rauszuräumen und einen Tag im Kalender als Auszugtag markiert, wird klar, dass Joe das alles nicht mehr mitmachen möchte. Viele denken im Nachhinein, dass das der Grund war, warum Anu dann durchgedreht ist, dass das der Tropfen war, den es gebraucht hat, um ihr Fass überlaufen zu lassen. Denn der Gedanke daran, dass Joes Aufmerksamkeit nicht mehr Anu gelten sollte, der gefiel ihr ganz und gar nicht. Das erste Mal spricht Anu ihre Mordgedanken bei der Freundin Matavi aus. Die ist ebenfalls Jurastudentin. In der Freundschaft ist sie eher unterwürfig. Ähnlich wie Joe steht sie im Schatten von Anu. All ihre klugen Gedanken und ihr Wissen und ihr Witz kommt nicht zur Geltung, sobald Anu mit im Raum ist. Anu erzählt Matavi, dass sie Suizidgedanken habe, dass sie ihr eigenes Leben beenden wolle und Joe mitnehmen möchte. Und so gehen die beiden dann in die Bibliothek und recherchieren zusammen die perfekte Suizidmethode. Anu will sich zuerst eine Schusswaffe besorgen. Sie fragt bei verschiedenen Personen nach einer Pistole, aber ohne Erfolg. Bald beschließt sie jedoch, die beste Methode für ihr Vorhaben, also für Suizid und Mord, wären Drogen. Zur gleichen Zeit beginnt sie dann damit, ihre Sachen auszumisten. Sie verkauft T-Shirts und Hosen für 1-2 Dollar. Sie verkauft CD-Sammlungen und verdient sich so ein kleines bisschen Geld. Anus Eltern, die das alles ja nur am Rande mitbekommen, sind zutiefst besorgt. Sie merken, dass da irgendwas im Busch ist, dass Joe vielleicht Schluss gemacht hat, vielleicht ausziehen will, dass Anu plötzlich ihre Sachen verkauft. Sie spüren, dass da was passiert. Sie wollen sie einweisen lassen, aber Anu weigert sich strikt dagegen. Stattdessen steigert sie sich in die Idee, rein zusammen zu sterben. Sie will nicht, dass er um ihren Tod trauert, aber ich glaube, sie will noch viel eher nicht, dass er irgendwann ohne sie glücklich ist, dass er sich neu verliebt und vielleicht eine Familie gründet mit jemandem, der nicht sie ist. Sie soll das Zentrum seines Lebens sein und bleiben. Außerdem erklärt sie ganz empathisch und einfühlsam, dass sie es nicht ertragen könnte, wenn Joe sie sterben sehen würde. Das heißt, er muss zuerst sterben. Ich hoffe, ihr hört den Sarkasmus. Ich finde das so schrecklich. Ich finde das so schlimm, diese Planung. Und ich nehme vorweg, ihr werdet euch aufregen. Ihr werdet euch aufregen. Holt euch schon mal ein Kissen, wo ihr reinschreien könnt. Die Schrei-Vase. Habt ihr eine Schrei-Vase? Holt euch eure Schrei-Vase. Die werdet ihr gleich brauchen. Anfang Oktober 1997 kontaktieren Matavi und Anu dann Mr. T, einen anderen Studenten, der mit Drogen handelt. Anu fragt gerade heraus, wie viel Heroin es brauchen würde, um jemanden zu töten. Als Mr. T dann nachfragt, was sie denn vorhabe, sagt Anu, sie wolle sich selbst das Leben nehmen. Mr. T sagt daraufhin, dass die tödliche Dosis 100 bis 150 Dollar kosten würde. Anu verlässt das Haus erstmal, kommt aber ein paar Tage später dann wieder und mit Matavi und den Dollarn im Gepäck und kauft dann ein Kilo Heroin von Mr. T für 500 Dollar. Als er sie fragt, wofür sie das ganze Heroin braucht, sagt sie, jemand kommt mit mir. Dann fragt sie noch nach den besten Methoden, um Heroin zu spritzen. Bei einem selbst und bei einer anderen Person. Erst führte er es an sich vor, dann spritzt er Anu eine Dosis und dann lässt er Anu ihrer Freundin Matavi eine Dosis spritzen, damit sie es üben kann. Kurz darauf beginnt Anu dann damit, eine Dinnerparty zu organisieren. Sie lädt Freunde aus dem Jurastudium ein, Bekannte, Nachbarn, jeder, der kommen möchte. Im Endeffekt ist der Großteil internationale Studenten und Teil ihres Freundeskreises. Und das Krasse ist, dass Anu und Matavi sehr, sehr offen mit dem Vorhaben an diesem Abend umgehen. Sie erzählen den geladenen Gästen, dass das Ganze eine Abschiedsfeier für Anu und Joe werden würde. Und dabei machen sie deutlich, dass Anu und Joe sich umbringen möchten. Gleich im Anschluss an die Dinnerparty. Praktisch nach dem Dessert. Dies tun sie nicht nur bei der Einladung, da erzählen sie die ganze Zeit davon, sondern auch am Abend selbst. Unter den Gästen erzählen sie immer wieder davon. Gerade in der Tonlage, in der Joe nichts davon mitbekommt. Und das Absurde und der Grund, warum ihr jetzt euer Kissen packen müsst und in eure Vase schreien solltet, ist, dass niemand Joe warnt. Niemand redet mit Joe darüber. Joe geht den ganzen Abend lang, die ganze Zeit davon aus, dass Anu Freunde geladen hat, dass man einen Abend Spaß hat, einen Abend Leichtsinnigkeit, einen Abend Freude, ein Abend Party. Keiner klärt ihn auf. Niemand verliert auch nur ein Wort über seinen vermeintlichen Abschied, über Anus Pläne und den Grund für diese Party. Und klar, Anu hat es ja so verkauft, als wäre es ein doppelter Suizid. Und trotzdem frage ich mich, warum keiner gefragt hat, ey, das ist doch alles nur ein Witz oder das, was Anu erzählt hat, das ist doch nicht ernst gemeint oder sowas. Warum das niemand bei Joe hinterfragt hat oder ihn gewarnt hat oder zumindest gesagt hat, ey, deine Freundin erzählt echt kranken Scheiß, also pass auf. Stattdessen sitzen sie da, essen, lachen, trinken und gehen irgendwann, lassen Joe mit Anu und Matavi zurück. Anu mixt dann ein Betäubungsmittel in Joes Getränk. Er wird kurz darauf bewusstlos. Anu bringt ihn ins Bett und legt ihn zurecht. Dann verabreicht sie ihm eine große Dosis Heroin. Allerdings hat sich das Heroin wegen der großen Menge in der Spritze zu einer Art Gelee verformt. Irgendwas im Prozess ging schief. Währenddessen geht Mahavi nach Hause. Sie ruft nicht die Polizei, sie sagt nicht, Anu lass es. Sie geht nach Hause. Anu wartet daraufhin die ganze Nacht und Joe schläft 13 Stunden durch. Aber er wacht wieder auf. Er fühlt sich erschlagen, unglaublich verkatert und fettig. Joe schiebt es dann auch auf den Alkoholkonsum vom Vorabend und Anu streitet es nicht ab. Allerdings wird sie ein wenig panisch. Sie trifft Matavi und überzeugt diese, ihr Geld zu leihen. Matavi gibt Anu daraufhin 250 Dollar. Kurz darauf fährt Anu dann wieder zu Mr. T und kauft erneut eine Dosis Heroin. Und dann veranstaltet sie eine zweite Dinnerparty. Ja, es ist wohl nicht so gelaufen, wie sie wollte. Das Ganze wird wiederholt. Und Joe wird wieder nicht gewarnt. Das heißt, die Menschen, die schon beim ersten Mal versagt haben, Joe zu helfen oder das Thema zumindest anzusprechen, haben hier eine zweite Chance bekommen. Wie auf dem Leben bekommt man bei so einer heiklen Situation schon eine zweite Chance? Und diese Menschen haben sie bekommen und wieder nichts gesagt. Wieder saßen sie da alle. Haben wahrscheinlich gegrübelt und getuschelt, wann es endlich soweit ist und was passieren wird und ob Anu das Ganze auch durchziehen wird. Aber keiner hat Joe gewarnt. Und wieder geht das Ganze von vorne los. Erneut verabreicht Anu Joe das Betäubungsmittel. Wieder spritzt sie ihm das Heroin. Diesmal ist es flüssig und deswegen kann sie die ganze Dosis injizieren. Zwischendurch kommt Matavi ins Zimmer und als sie den bewusstlosen Joe auf dem Boden liegen sieht, bekommt sie plötzlich Panik. Die Matavi, die von Anfang an die Pläne von Anu gekannt hat, die einzelnen Schritte mit ihr durchgegangen ist, den perfekten Mord geplant hat, die bekommt auf einmal Panik und will mit all dem nichts zu tun haben und geht nach Hause. Ohne irgendwem Bescheid zu sagen. Nach ein paar Stunden ruft Anu Bronwyn an, eine Studentin, die mit ihr studiert und Anu das Betäubungsmittel besorgt hat. Anu fragt Bronwyn, was sie bei einer Überdosis tun soll. Bronwyn sagt ihr, sie solle sofort die Sanitäter anrufen. Darauf entgegnet Anu nur, das kann ich nicht. Er weiß es nicht. Er wird wütend sein. Als wäre das jetzt das größte Problem, dass er wütend wird. Sie fragt, was passieren würde, wenn die Sanitäter kämen. Bronwyn antwortet ihr, dass sie ihm Nackern geben würden und dass er dann aufwachen und wieder gesund werden würde. Immer wieder fordert Bronwyn Anu dazu auf, die Sanitäter zu rufen. Und Anu sagt immer wieder, nein, nein, das kann ich nicht. Nein. Bronwyn erkundet sich nach dem Zustand der Person. Anu hat angedeutet, dass es sich um einen Freund handeln würde. Und Anu antwortet, seine Lippen wären blau und er würde alle 10 Sekunden nur noch einen Atemzug machen. Dann legt sie auf, ruft aber ein paar Sekunden später wieder an und sagt, es ist zu spät, er ist sowieso schon weg. Sie erklärt Bronwyn hysterisch, dass all dieses schwarze Zeug aus seiner Nase und seinem Mund kommt und dass es zu spät ist. Bronwyn sagt, dass sie zurückgeschrien habe, nein, wenn du jetzt die Sanitäter rufst, wird er wieder gesund werden. Mach einfach weiter mit der Mund-zu-Mund-Beatmung, bis die Sanitäter kommen. Gib ihn nicht auf. Anu fliegt Bronwyn an, rüberzukommen. Sie besteht darauf. Bronwyn willigt ein, fragt nach Anus Adresse. Daraufhin sagt Anu, nein, du willst doch gar nicht vorbeikommen. Du willst nur die Sanitäter rufen. Außerdem weigert sie sich dann, Bronwyn ihre Adresse zu geben. Das Ganze geht hin und her und Bronwyn sagt irgendwann, hör zu, Anu, wenn du die Sanitäter anrufst, wirst du einen wütenden Freud haben, wenn er aufwacht. Wenn du es nicht tust, wirst du wegen Mordes angeklagt. Als Bronwyn Anu das so klar sagt, scheint es gezündet zu haben. Und so geht dann ein Anruf von Anu ein. 36 Stunden nach der Heroin-Verabreichung ruft sie einen Krankenwagen. Jedoch ist der Gesprächsverlauf unglaublich frustrierend. Am Anfang wirkt Anu noch sehr gefasst, sehr sortiert. Das ändert sich aber schnell. Sie sagt, dass eine Heroin Überdosis genommen hat und schnell Hilfe braucht. Im Laufe des Telefonats wird sie aber immer panischer, hysterischer und das Gespräch wird unfassbar chaotisch. Sie antwortet nicht auf die Schlüsselfragen, gibt dem Notdienst einen falschen Namen und eine falsche Adresse und sabotiert damit die Chance auf eine Rettung von Joe immer mehr. Das Ganze ist zu gleichem Maße Chaos und Kalkül. Insgesamt 20 Minuten lang dauert dieses schreckliche Gespräch. Hier ist ein Auszug aus dem Gespräch. Anu, können Sie bitte einen Krankenwagen vorbeischicken? Hier hat jemand eine potenzielle Heroin-Überdosis erlitten. Der Notruf? Potenzielle Heroin-Überdosis? Nun, er kotzt viel Blut. Ist das ein schlechtes Zeichen? Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Kannst du mir die Adresse senden? Anu, okay, warte. Wird er sterben? Bitte sagen Sie es mir. Wird er sterben? Hm, also es ist nicht gut, wenn er Blut spuckt. Oh nein, wird er wieder gesund? Der Notruf? Wir müssen die Sanitäter schicken. Ich brauche die Adresse. Könntest du mir die Adresse geben? Hm, okay, verständlich. Was ist die Adresse? Und ihr dürft nicht vergessen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon seit Stunden beobachtet hat, wie Joes Zustand sich immer weiter verschlechtert hat. Sie hat ihm beim Sterben zugesehen. Sein Atem wurde langsamer. Die Farbe ist seinem Gesicht geblichen und die Lippen wurden blauer. Um 12.18 Uhr trifft dann endlich der Krankenwagen ein. Anu ist ängstlich, verwirrt und hysterisch. Schon schnell wird klar, dass man Jo nicht wiederbeleben kann. Und als Anu das begreift, wird sie hysterisch. Sie sagt, so war das nicht geplant. Wir sollten zusammen gehen. Sie fragt mehrmals, ob die Sanitäter gar nichts machen könnten. Und sie versucht, den Körper von Jo zu küssen. Zieht an seinem Gesicht, an seinen Klamotten, setzt sich auf ihn und versucht, ihn zu umarmen. Die Sanitäter rufen sofort die Polizei. Einer der Polizisten, die zu dem Tatort gekommen sind, erzählt später, dass Anu zappelig war und immer wieder geschrien hat. Nein, nein, verlass mich nicht. Jo, Jo, Jo. Sie weigert sich, seinen Körper zu verlassen. Sie klammert sich an ihm fest. Man muss sie mithilfe von zwei Sanitätern von Jo runterreißen. Sie wehrt sich, sie schreit und schlägt um sich. Gewaltsam versucht sie immer wieder, zu Jo zu gelangen. Immer wieder kommt sie an, bettelt und schreit, sagt mir, dass er gesund wird. Bitte sagt mir, dass er gesund wird. Als die Wiederbelebungsversuche irgendwann eingestellt werden, streit sie, nein, das kann nicht sein. Sie können nicht aufhören. Sie müssen ihn zurückbringen. Das darf nicht wahr sein. Holen Sie ihn zurück. Und Anu wird direkt danach am Tatort noch festgenommen und abgeführt. Nach zwei Jahren der Untersuchungshaft wird Anu dann wegen vermindeter Zurechnungsfähigkeit nicht des Mordes, sondern des Totschlages schuldig gesprochen. Experten, die während der Verhandlung in den Zeugenstand treten, haben bei ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung feststellen können. Deswegen halten sie sie für vermindert schuldfähig. Der Richter spricht eine Haftstrafe von zehn Jahren aus. Anu wird jedoch nach vier Jahren freigelassen. Ende Oktober 2001 ist sie bereits eine freie Frau. Joes Familie ist am Boden zerstört. Sie haben ihren großen Schatz verloren, ihren Joe. Und die Mutter von Joe sagt irgendwann in einem Interview, das Leben meines Sohnes war vier Jahre Gefängnis wert. Und ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass mentale Zustände vor Gericht eine Rolle spielen. Dass man darauf guckt, hat sie Persönlichkeitsstörung, was ist in ihr vorgegangen. Da war die Depression, da war die bipolare Persönlichkeitsstörung. Und trotzdem hat sie das geplant. Es war ein geplanter Mord. Es war kein Totschlag, es war keine Übersprungshandlung, es war keine Verteidigung. Es war geplant. Sie hat Leuten davon erzählt. Sie hat den Stoff besorgt. Sie hat es sogar zweimal getan, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. wie sehr will man einen Mord noch planen, wenn nicht so. Und vier Jahre für das Leben eines jungen Mannes, der alles dafür getan hat, um sie zu unterstützen. Ein Mann, der mittlerweile eine ganze Familie, erwachsene Kinder haben könnte. Vielleicht in den nächsten zehn Jahren schon Großvater werden könnte, wenn alle schnell sind und wenn meine Rechnung aufgeht. ein Mann, der es verdient hat, sein Leben zu leben. Vier Jahre. Im Gefängnis schließt Anou dann ihr Jurastudium ab. Sie erwirbt einen Masterabschluss in Kriminalologie und schreibt ihre Abschlussarbeit über die Ursache weiblicher Kriminalität. Nach ihrer Entlassung übernimmt sie dann die Hauptrolle im Dokumentarfilm über sich selbst. Außerdem hat sie einen neuen Job im Cabramatta Community Center, wo sie Nachforschung anstellt und saubere Spritzen an Süchtige verteilt. Joes Mutter sagt dazu, ich denke, das ist ein Witz. Das ist der letzte Job auf der Welt, den sie haben sollte. Das macht uns noch wütender. Man möchte ihr Gesicht nicht sehen, wie sie lächelt, als ob sie sich um nichts auf der Welt kümmern würde. Joes Familie wird von Anous Team angesprochen. Sie will sich bei ihnen entschuldigen vor laufender Kamera für den Dokumentarfilm. Joes Mutter sagt, sie ist nicht an Entschuldigung von dieser Frau interessiert. Vor allen Dingen nicht, wenn es für einen Film ist. Sie ist manipulativ und sehr egoistisch, sagt sie. Anu sagt, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, wenn ich damals auf die Menschen hätte hören können und die richtige Hilfe bekommen hätte, dann wäre das nicht passiert. Ich weiß, dass dies in meinem Fall nicht passiert wäre, wenn ich mich in einem besseren psychischen Zustand befunden hätte. Tatsächlich rief meine Mutter vor den Ereignissen mehrmals das Krisenteam für psychische Erkrankungen an und ich fiel durch die Maschen, wie viele Frauen es tun. Sie sagt, sie habe sich an die Eltern von Jo gewandt, könne aber verstehen, warum diese nicht mit ihr sprechen wollen. Ich möchte mich einfach von Angesicht zu Angesicht bei ihnen entschuldigen. Ich weiß, dass das nichts bedeutet und dass es ihnen nicht zurückbringen oder ihren Schmerz lindern wird, aber ich möchte in der Lage zu sein, schauen sie, ich bin zutiefst betroffen, genau wie sie. Genau wie sie, ich weiß nicht, Anu, ich weiß nicht, es waren deine Entscheidungen und Joes Eltern wollten Jo nie leiden sehen, du schon. Wow, warum rede ich jetzt so, als würde Anu, dass sie jemals sehen, aber ich finde es so anmaßend zu sagen, dass sie genauso leiden würde, wie die Menschen, die Jo über alles geliebt haben und wirklich das Beste fühlen wollten. Die große Frage, die noch im Raum steht, ist, wie konnte es so weit kommen? Eine Erklärung dafür ist der Bystander Effekt, ein Phänomen, das beschreibt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Eingreifens sinkt, je mehr Augenzeugen ein Verbrechen beobachten. Das heißt, man sieht etwas Schreckliches, man bemerkt, ach, hier sind so viele andere Menschen, irgendwer wird schon was machen, irgendwer wird eingreifen, dann muss ich das ja nicht mehr tun. Blöd nur, wenn alle das denken und keiner mehr was tut. Krass finde ich dabei auch, dass es alles Jurastudenten waren, dass es alles Menschen waren, die sich das Recht zur Aufgabe gemacht haben, die später Menschen vertreten wollen, für ihr Recht einstehen wollen. Diese Menschen haben das Recht an diesem Abend vergessen, ignoriert oder einfach für die Unterhaltung und den Nervenkitzel kurz aus den Augen verlieren wollen. Es wurde keine Hilfe geleistet, es wurde nichts unternommen und so schließt sich heute ein unfassbar frustrierender Fall. Jemand, der nur das Beste wollte für Anu und dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Ich frage mich, hättet ihr was gesagt? Weil ich kriege es nicht in meinen Kopf. Irgendwie denkt man ja, wieso hat keiner was gemacht? Wieso nicht? Wärt ihr eine der Personen gewesen, die Anu aufgehalten hätte? Schreibt es mal unten rein. Ich bin sehr gespannt zu lesen, was das Ganze mit euch macht, wie es euch geht und würde sagen, passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!